Hi ihr Lieben, so ich weiß, ich bin wieder mal der Spätzünder, aber ich hasse das einfach, wenn man schon zwei Wochen vorher alle möglichen Glückwünsche zu Weihnachten kriegt. Deswegen jetzt heute frohe Weihnachten mit euren Liebsten, habt schöne Feiertage, genießt die Zeit und schon mal einen guten Rutsch, aber den wünsche ich euch dann nochmal. Also bis dann, ciao!